Psch, jo Leute, was geht, herrsch, mit einem wunderbaren Video, Stein, bitte, das muss nicht sein. Leute, wir haben ein kleines Battle vor, auf der Spielwiese, und zwar werde ich heute ein kleines 1 gegen 1 gegen Alpha-Men machen. Ich würde sagen, Stein, auf geht's, Dicke! Was? Warum, Dicke, da sind irgendwelche Random Spies drin. Dann sind aber Random Spies. Stein, warum möchtest du immer wieder mit fremden Leuten spielen, da sind Random Spies drin, das ist sau nervig. Ist mir egal. Und dann willst du ein 1 gegen 1 machen? Auch. Auch, alles klar. Gut, Leute, wir spielen heute ein 1 gegen 1 mit Randoms in der Lobby, keine Ahnung. Alpha-Stein ist heute mit dabei. Macht dich bitte bereit, Dicke, und dann können wir... Mach auffüllen! Ist doch auffüllen, Alter! Ich hoffe, deine Kollegin! Was? Nein, Dicke, jetzt hör mir auf, fang nicht wieder damit an, bitte. Fang nicht wieder damit an, macht ihr aber ready, wir spielen unsere 1 gegen 1 runter, Dicke. Ich möchte für die Gamescom vorproduzieren. Also, auf geht's. Es ist auffüllen angemacht. Stein, bitte. Leute, ich hoffe auf jeden Fall heute wieder mit Michael Jackson Skin am Start. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn die Videos mit alten Skins momentan gespielt werden, denn es ist Gamescom. Ich hab alles vorproduziert, von daher, alles easy. Jetzt sind ja irgendwelche... Hallo, du sprichst German? Ja, Ben, how are you? Bro. Bro, you guys sprichst German? No, I only speak English. I'm Italian. Okay, Stein. French? Okay, let's go, Lazy Links and have a big party, okay? Do you eat, do day? Are you French? No, we're Germans. No, French, eh, Chimapé, it's a... Shut up, please. What do you mean? Why, shut up, you shut up, please, Ben. Stein, bitte, Stein, kannst du mir erklären, warum wir das jetzt schon wieder machen? Ben, I know how you're feeling. It's not good, Ben. What are you guys trying to build? You wanna build something? Yeah. Okay, let's meet up in Lazy Links, okay? Go, Matthias and stuff. You want to be friends with me? Stein. Hello. Stein, ich glaub, die wollen nicht. Bro. What the effort? Äh, Killer, Killer. Yes? Ben, please talk, how old are you? Stein, hör doch auf die anzuschreien. I am no English. Okay. I am no English. Killer, you want to have free V-Bucks. You want free V-Bucks? Okay, you got an English keyboard? Yeah. Okay, you got the key alt, a, l, t, and you got f4? Yeah. Okay, spam it like five times and then type in the numbers 1568910. For you, it works. You got like 500 V-Bucks for free. Are you... Bro, I'm a data miner. I'm a hacker. I can tell you. Okay, thank you, man. Just try it out. Try it out right now. Yeah? Bro. Bro. Hello? Killer? Killer? No. Killer. Killer. Man, es ist voll gewalt. Digga, es hat aber geklappt. Yo, Killer. Ja, voll f4. Killer. Dieser Typ so... F***. Stein, wollen wir das nochmal versuchen? Macht dir sowas Spaß, sowas Gemeines? Nein. Stein. Also, möchtest du lieber Freunde suchen? Das war zu fies. Guck mal, jetzt ist der weg. Der wollte mit uns spielen. Ja, aber ich meine, ich hatte eine geile Zeit deshalb. Ist doch auch schön, oder? Hä? Stein. Stein, pass auf. Wir gehen jetzt nochmal in die Lobby und dann versuchst du das auch mal, okay? Okay, los geht's. Dass das immer noch funktioniert, Alter. Das ist so gemein. I get it. Wie kann man dein alt F4 nicht kennen, Alter? Wie kann das denn niemand kennen, Junge? What the f***? Okay. Stein, pass auf. Dieses Mal, dieses Mal, dieses Mal musst du den Leuten erzählen. Wir warten jetzt einfach mal ab, wer hier reinkommt. Gabi Philippe klingt auf jeden Fall französisch und Rap-Pap auch. Das könnte schwierig werden mit der Sprache. Hallo. 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 Dubai. Dubai. Shut up. Shut up, bro. Shut up, Jungs. I love you. What's up, man? Do you speak English? No. A little bit English? Shut up. You are stupid. Warum belheien? Do you speak English? Ich kann dir 3 V-Bucks geben. Ich kann dir... Wir können dir 3 V-Bucks geben, wenn du willst. Nein. Bro, easy trick, Glitch. Shut up! Don't scream, you are stupid. Do you want 3 V-Bucks? Shut up! Wir verstehen, du sprichst nicht Englisch sehr gut. So, shut up! Do you want 3 V-Bucks? Yes! Okay, listen to me, okay? Shut up, Monkey. Okay, Stein, also das mit denen, das funktioniert nicht. Die wollen die Gratis V-Bucks wirklich nicht haben. Wisst ihr, ihr seid ganz ehrlich, ihr seid ganz ehrlich schuld. Wenn ihr die Gratis V-Bucks nicht haben wollt, der Trick ist so einfach. Ihr müsst es nur einmal ausprobiert haben, aber gut. Nochmal ganz kurz. Bevor mir jetzt jemand dumm kommt und sagt, ey, ihr zerstört den Computer von denen. Alt-F4 macht nichts außer die Anwendung zu schließen, Leute. Das hat keinen Schaden für den Account, für den PC oder irgendetwas anderes. Davon gehen weder die Statistik noch der PC kaputt. Also alles easy, okay? Alles, alles easy. Wirklich. Ja! Hallo, guys. Mr. Creeper 56, Digga. Ja, moin. Das kann auf jeden Fall witzig werden. Mr. Creeper! Do you play Minecraft? I have server. Hello, hello, motherfucker. Do you speak English? What's up? Yes. Okay, bro. I'm a hacker. Trust me, okay? I'm a hacker. Hello. How is it? Einfach, Stein, hör auf, meine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Should I show you how to get free V-Bucks? Very, very easy. Very easy. You type in something on your... Do you want to have a free skin? Free. Hello, Shrevy. Woher wartest du? Ich glaube, ich weiß nicht, was mit diesem Typen hier ist. Stein, der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Mr. Creeper. Okay, Stein, der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich gehe jetzt mit ihm nach Lazy Link. Und dann fahren wir den ins Wasser rein. Okay, Stein, mit dem Auto. Heavy. Ah. Komm, der kommt mit mir. Hast du ein Auto? Nein, wir holen uns hinten bei Lazy Link. Das ist alles gut. Wenn keiner Free V-Bucks will, dann verarscht die Leute halt anders. Das ist mir jetzt auch egal. Du bist gemein. Ich bin nicht gemein. Ich bin rechtschaffend. Das bin ich. Ich möchte nur, dass jeder darüber aufgeklärt wird, wie unglaublich gefährlich es ist, Free V-Bucks gescampt zu bekommen, ja? Seid froh, dass ich nur eure Anwendung schließe, meine Freunde. Ich könnte es auch anders machen, ja? Ist der immer noch hinter mir? Ja. Okay, gut. Wir holen uns jetzt ein Auto, Stein. Und du musst dann rechtzeitig aussteigen, okay? Okay. Gut, Stein. Der eine ist hier mit dem Auto drin, ist gleich. Mr. Creeper. Stein, der weiß nicht, wie man einsteigt. I. Push I. Perfekt. Mein Creepy. Kommt der andere mit oder nicht? Okay. Okay, Stein. Das ist der Hammer. Stein. Du musst rechtzeitig rausspringen, okay? Das ist der Quart. Ja, das wirst du schon merken. Der arme Typ, Alter. Okay, Stein, raus. Okay. 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 Der fühlt sich verarscht. Nein, der fühlt sich nicht verarscht. Der steigt nochmal ein. Das mich verarscht, bitte. Das wollte ich machen. Ja, er fliegt. Hä? 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 Er läuft übers Wasser. Lol. Nein. Ja, Leute. Das klappt auf jeden Fall super, Stein. Wir versuchen das einfach in der nächsten Lobby nochmal. Mach dich ready, Stein. Irgendwann wird nochmal jemand drauf reinfallen. Ich sag's dir, Stein. Diesmal bist du dran, mit jemandem zu verarschen. Okay, Stein? Doch, das schaffst du, Stein. Du bist vom Grund auf böse. Ich kenn dich. Warum? Wegen Karma? Ja. Nein, Stein. Vertrau mir. Wer viel Gutes tut, der kann nochmal was Schlechtes tun. Hallo, Mann. Oh, oh. Hallo, Mann. You're good? Hallo, Ninja. Hallo. What's up, man? What's up, man? Hey. 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 Ich fühl mich so scheiße, weil die Kinder. Ich fühl mich so scheiße. Ich bin Team 4. What? You what? Ich bin Team 4. Okay. Ich bin Team 4. Ich bin Team 4. No, wait, 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 wait. Guys, do you have V-Bucks? Oh, I have no V-Bucks. I bought something. Do you what? Do you want free V-Bucks? Bros. Bro, bro, bro. We are hackers, okay? We are hackers and we can give you free... We have a trick. We have a trick for free V-Bucks. Are you a YouTuber or something, sir? Because that voice is from... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, he's not a... He's using a voice changer because he's hacking, you know? Okay. It's a hack. It's a hack. It's a hack. A voice chat hack. Hey, friends. Friends. Look at me. Look at me. Hey, look at me. I find you a car. Very, very cool. Hey, you're frosted skin. Please, uh, 10,000 bucks. Please. Okay. Do you have... Do you have a keyboard? Keyboard? Keyboard, yes. Keyboard. On your table. Keyboard, you know? I'm not a keyboard. What can you do? Hey, you're frosted skin. You're a hacker. He is a hacker as well. He is voice changing. You're a friend. You're a friend. Yes, we know. We know. We both hackers. Good, good. Ah, 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 ah. We're hackers. Okay. Mega. Yes. Do you have ALT on your keyboard? Yes, I have it. And do you got F4? F4 on your keyboard? Yes, I have it. Okay. I'm not doing... F4 on your keyboard. No, no, no. Bro, 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 bro. Type. You just type. Bro, okay. I'm not trusting. Bro. My friend is a YouTuber with 10.000 Subscribers. And he does this call to everyone. Alferstein, was machen wir hier gerade? Ich kippe YouTube-Videos am Handy. Stein, kommt zurück. Wir müssen Kinder verarschen. Ja, Leute. Nicht jeder kriegt die Grat des V-Bucks. Er hat es verstanden und meinte, Oh, das Spiel crashed. Du verarscht mich ja nur. Hey, ist ja nicht wahr, Leute. Ich meine, ganz ehrlich, glaubt ihr, ich habe die ganzen V-Bucks gekauft? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Warum sind hier eigentlich nur Leute mit Standardskin, Alter? Big Standardskin. Ah, okay. Nice. Macht Sinn. Vanny, you have a headset? Yeah. Do you speak English? Yeah. Bro, short question. Do you know, do you have V-Bucks? Uh, yeah. Do you want to have free V-Bucks from me? Yeah. Okay, do you have a key called A-L-T, Alt? You have it? Yes. Okay, do you got F4? Yes. Okay, bro. If you push both keys together and type in 1, 2, 8, 0, 0, 5, you're gonna have 503 V-Bucks. It works. I know it doesn't work. Ja, Leute, also irgendwie scheint es so, als würde keiner die V-Bucks haben wollen, Stein. Ich glaube, dass Stein, wir versuchen jetzt noch ein letztes Mal, dir ein paar Freunde zu suchen online und ein paar Leute zu trollen. Und dann beenden wir das hier auch, Leute, weil ich hätte ja nicht gedacht, dass der eine Typ da wirklich drauf reinfällt. Aber scheinbar hat es dann doch nochmal funktioniert. Aber wie ihr gerade schon merkt, sind die meisten Kinder natürlich glücklicherweise sehr aufgeklärt in Fortnite, abgesehen von dem Kerl am Anfang. Und wissen natürlich, dass das hier überhaupt nicht in Ordnung ist, was wir hier tun und wissen, dass sich das Game dadurch schließt, von daher. Also eigentlich kann dir theoretisch nichts passieren, außer, dass du halt 3 V-Bucks bekommst, was ja eigentlich ganz geil ist. Aber nein! Ich bin da. Leute, ich würde sagen, das war es von diesem wunderschönen Video. Alphastain und ich haben ein paar Kinder in Fortnite verarscht und sollten uns jetzt fühlen wie das letzte Stück Scheiße. Tun wir auch beide. Das war es davon. Ich bin damit raus, wir sind auf der Gamescom. Ich küsse eure Augen rechts, links, oben, unten. Gut, schade, dass die meisten Kids nicht drauf reingefallen sind. Und ich meine gut, dass die meisten Kids nicht drauf reingefallen sind, weil, äh, traut niemals den Leuten im Internet, ne? Auch nicht mir. Also, in diesem Sinne, schaut bei Alphastain vorbei, lasst ein Däubchen nach oben da, küsst eure Augen. Wir sehen uns die Tage, macht's gut, haut rein, ciao, ciao. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.